hey leute willkommen zu einem neuen tutorial von mir nachdem wir jetzt nun alle karten typen durch haben mit ausnahme der regalias die noch nicht erschienen sind die ich euch natürlich nachreichen werde sobald sie auch bei uns veröffentlicht sind schnappen wir uns als nächstes das glossar ja ich weiß das liegt jeder einzelnen starter box von force of will bei aber was ihr vielleicht nicht wisst das ist nicht komplett ausführlich es gibt viele regeln die nur in den comprehensive rules stehen die dieses glossar erweitern und teilweise auch etwas einleuchtend machen etwas mehr einleuchtend einleuchtender quasi und wir fangen natürlich ganz vorne an und wie ihr hier schön sehen könnt ist das allererste das abwerfen in der deutschen variante steht einfach nur abwerfen bedeutet eine entsprechende anzahl karten von deiner hand auf deinen friedhof zu legen das kann zum beispiel bedeuten ihr seht ich habe schon eine kleine schöne spielsituation nachgestellt wenn ihr am ende eures zuges merkt ihr seid über euer handkarten limit von 7 und habt 1 2 3 4 5 6 7 8 karten und müsst eine abwerfen legt die dann natürlich ein friedhof so weit so gut das kennt eigentlich jeder was es aber auch gibt sind karten die das als effekt haben dass dein gegner zum beispiel eine handkarte abwirft dort ist dann noch weiterhin die beschränkung ob es eine handkarte sein muss ob es mehrere sein müssen und wie viele jetzt wird es aber noch interessanter schauen wir in die englischen regeln in die comprehensive rules steht da nicht nur dass das abwerfen einer karte bedeutet sie von der hand in friedhof zu legen sondern da steht auch wenn irgendein effekt sagt handkarten abwerfen ohne dass danach ein bestimmter kartentyp eine bestimmte eigenschaft oder eine bestimmte kartenanzahl genannt wird muss man alle karten die man auf der hand hat abwerfen klingt erstmal logisch wird im deutschen so nicht erwähnt deswegen sage ich es hier noch mal wird bestimmt in irgendeiner situation nützlich sein hust räusper vielleicht auch nicht aber ich habe es gesagt und dazu gibt es auch noch ganz wichtig ein unterpunkt wenn man aufgefordert wird durch einen solchen effekt alle handkarten abzuwerfen aber null handkarten hat gilt der effekt trotzdem als erfolgreich durchgeführt und es gilt obwohl man ja keine abgeworfen hat trotzdem als hätte man handkarten abgeworfen wichtig ist das gilt natürlich nur wenn ihr null handkarten habt und alle abwerfen müsst für die variante ihr ab null handkarten und müsst zum beispiel zwei abwerfen steht nichts in den comprehensive rules ja leute das glossar ist recht kurz und selbst die amerikaner mit ihren aus dem japanischen übersetzen comprehensive rules machen es nicht viel länger ich hoffe ich konnte euch trotzdem dieser kleinen erweiterung ein bisschen helfen und als nächstes schauen wir noch unter dem punkt a auf aktiviert fähigkeiten bis zum nächsten mal macht's gut und euer grimm